Auch die Wehrabwehr. Dieser zugehende Auto. Über mir funktioniert sie doch ganz lustig. Bei der Wehrabwehr ist meistens, dass man dann hier eine reinkriegt. Und der tritt sich selbst überholt, sinnlos ist. Wenn die Wehrabwehr von hier ausgeholt wird, von hier, da kommt sie schon. Da ist sie sinnvoll. Dann geht's rein. Zack. Und nochmal. Dann geht's richtig rein. Da jetzt vielleicht wieder nicht. Dann kommt sie hier. So. 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 Jetzt geht sie hier richtig rein. Ich glaub, warum das so kritisierbar war, weil der Moment, da die von hier, 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 das Schwitzkasten-Dink, ja dann auch hier, wenn man mal überlegt, so abwerten, da ist sie, glaub ich, entstanden. Und von diesen, da kommt sie gar nicht mehr vor. Lange nicht mehr gesehen. Im Bett geht's gleich auf den Boden weiter und so. Und wenn man jetzt hier rauskommt, da, da ist sie doch möglich. Zum Anzeigen. So. Cool.